Hallihallo, guten Abend allerseits. Abendgebet 21.30 Uhr. Viele Menschen auf der ganzen Welt wissen Bescheid, sind dabei und auch wenn wir dieses Abendgebet jetzt schon, ja noch nicht ganz, aber fehlen noch so zwei Monate, schon lange machen, fast ein Jahr und ganz ehrlich, es gab hier niemanden, der gesagt hat, ja ihr müsst jetzt jeden Tag ein Abendgebet machen, sondern es ist ein Ritual geworden, das sich ergeben hat in unserem gegenseitigen Austausch. Es sieht manchmal ein bisschen einseitig aus, wenn Andreas und ich hier euch ein paar Nachrichten durchgeben oder unseren Podcast Stabil durch den Wandel machen, aber es ist viel mehr, es ist ein Austausch auch von eurer Seite, es ist eine geistige Verbindung, die auch eine immer größere Kraft hat. Und viele Menschen mitreist, hochreist, ihnen den Willen stärken hilft. Ich will aus dem Dunkel raus, ich will auf den Weg des Lichtes. Ich möchte den Weg gehen, der jetzt der einzige bleibt, den wir Menschen einschlagen können, um diese Zeit der Transformation nicht nur geistig stabil zu überstehen, sondern auch um zu reifen, um uns zu entwickeln. Das ist es ja, worum es geht. Es geht nicht darum, dass wir uns schöne Gedanken machen, damit wir hier irgendwie durch die Zeit kommen, sondern es geht um einen Entwicklungsweg, den wir alle schon viel früher hätten einschlagen sollen und wahrscheinlich auch können. Wenn wir geistig wachsamer gewesen wären, wenn wir die Beziehung zu unserer inneren Stimme ernster genommen hätten, zur Intuition, zu dem, was das Herz sagt. Man spricht oft davon, das Herz spricht, das Herz sagt, mein Herz sagt, ich muss das und das machen. Ja, das ist die innere Stimme. Und deswegen denken auch viele Menschen, dass das Herz das Zentrum des Körpers in der Verbindung mit dem Geist ist. Also das Herz als ein sehr wichtiges Organ pumpt natürlich viel Blut durch den Körper und ist sozusagen die große Pumpe im Körper, die dafür sorgt, dass das Blut zirkulieren kann. Aber wenn man genau hinschaut, in Wahrheit ist es natürlich das Blut mit seinen Eigenschaften der Ausstrahlung, welches die Brücke praktisch ist zwischen dem irdischen Körper und dem Geist, der in unseren Körper inkarniert. in der Schwangerschaft, wenn die werdende Mutter so zwischen dem vierten und fünften Monat ist. Das ist der Eintritt des Geistes in den Menschenkörper, der gerade heranwächst im Mutterleib. Und wenn das Kind sichtbar und für Wissenschaftler erkennbar seinen eigenen Blutkreislauf beginnt zu aktivieren, was genau in dieser Zeit ist, dann ist der Geist eingezogen. Vorher nicht. Aber es tummeln sich natürlich viele Seelen, die inkarnieren möchten, weil eins ist klar, das ist immer wieder sehr wichtig zu sagen, wenn wir abscheiden, wenn wir hinübergehen, wenn unsere irdische Laufbahn hier erstmal beendet ist, dann kommen wir ins Jenseits und dort im Jenseits dürfen wir viel mehr erkennen, als wir es hier auf der Erde konnten. Nämlich erkennen, was wir gefehlt haben, was wir falsch gemacht haben, worin wir uns wirklich vielleicht versündigt, vergangen haben. Und das ist uns in dem Maße aus ganz bestimmten Grundgesetzen her nicht so möglich, weil eben der Verstand darüber ist, der natürlich im Jenseits nicht mehr da ist und nichts mehr schönreden kann, sondern da liegt sozusagen das Gewissen bloß. Und da kann man natürlich leicht erkennen, ei, 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 was habe ich da alles falsch gemacht. Ja, und es ist eben wichtig, um wieder auf den Ausgangspunkt zu kommen, dass wir unser Inneres, unseren Geist, und man kann auch Seele sagen, in unser Leben, in unsere Entscheidungen, in unser Dasein, nicht nur mit einbeziehen, sondern ihm den Vortritt lassen. Also nicht dem irdischen Verstand, der uns rational alles zurechtlegen kann, erklären kann, aber da ist das Gewissen nicht gefragt, sondern das sind die rein sachlichen Strategien, die man so im Laufe des Lebens auch durch Entscheidungen treffen muss und entwickeln muss. Aber wenn wir nicht das Innere, die Seele, unseren Geist mit hineinnehmen, und zwar nicht als gleichberechnet, sondern berechtigt, sondern sogar als übergeordnet, und erst dann hat alles ein festes Gerüst von Werten, Moral, Ethik, Tugenden. Also wenn wir diesem Inneren, was unbedingt Einfluss auf jede unserer Entscheidungen nehmen muss, viel mehr Raum geben würden und nicht alles wegwischen, kann ich nicht sehen, also glaube ich es nicht, nee, nee, und wir machen das jetzt hier so ganz klar und rational, dann ist es eine Strategie, die jetzt nicht mehr funktioniert. Wir werden damit keinen Schritt mehr weiterkommen. Da sind wir bereits. Also wir haben innerhalb eines Jahres schon ein ganz schönes Programm durchlaufen und es wird auch im Laufe der kommenden Monate natürlich immer deutlicher erkennbar werden, dass wir eben, wenn wir uns nicht nach den Naturgesetzen richten, kaum noch etwas ausrichten können. Können wir ja eh im Moment nicht. Und es ist schon sehr spannend, wie es möglich ist, was gerade passiert auf der Welt, vor allem auch in Europa, so im Kern von Europa, das ist tatsächlich für mich total überraschend, dass also auch unsinnigste, sich ständig widersprechende Aussagen von Politikern offenbar gedankenlos oder sogar fast ehrfürchtig hingenommen werden und dem nichts mehr entgegengesetzt wird. Auch wenn Kinder massenhaft leiden und die Alten und eigentlich fast alle. Aber das ist nicht das Thema, was ich jetzt hier ansprechen möchte, sondern es geht darum, dass wir uns unbedingt auf dieses andere Bein mitstellen müssen. Wir stehen auf zwei Säulen, der irdischen und der geistigen. Und die geistige Säule ist die stärkere, muss die stärkere sein, wenn wir auf dieser Welt Erfolg haben wollen. Und zwar Erfolg in dem Sinne, als dass wir hier weitermachen dürfen und in den Naturgesetzen wirken und leben dürfen und auch entscheiden dürfen und müssen. Anders wird es nicht mehr möglich sein. Also erstaunlich ist für uns schon, wie schnell diese Prozesse gehen und dass eigentlich ein Ritt durch alle Instanzen, die praktisch fallen müssen, also alles Falsche muss ja zusammenbrechen. Und da so gut wie alles falsch ist auf dieser Welt, muss dieses Gewerk zusammenbrechen. Und früher haben wir uns immer gefragt, wie mag das gehen, diese einzelnen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, finanziellen Bereiche, wie soll, auch Sport, Kultur und so weiter, wie soll das dann zusammenbrechen? Und dann kamen die Mikrobe und die zeigt alles ganz deutlich beziehungsweise die Maßnahmen, die hier erlassen werden und ergriffen werden, die zeigen, wohin die Reise geht. Ja, und ich möchte euch immer wieder ermuntern, in diesen sehr schwierigen Zeiten nicht zu verzagen, nicht in Wut oder Zorn zu verfallen, nicht sich in Angst treiben zu lassen. Ganz, ganz wichtig, immer innerlich in der Stärke bleiben. Und hier hat uns jemand geschrieben, und das möchte ich euch vortragen, ein jüngerer Mann, der im Prinzip den Anschluss ans Leben verloren hat. Wie er schreibt, nichts macht ihm mehr Spaß. Früher hat ihm das Studium Spaß gemacht, das Leben hat ihm Spaß gemacht. Er hatte Aussichten auf eine Karriere, auf einen bestimmten Lebensweg. All das sieht er jetzt nicht mehr und ist dabei, abzugleiten in die Depression. Er sieht auch keine Möglichkeiten, dieses Online-Studium täglich zu erledigen. Da hängt er eh schon hinterher und hat kaum die Kraft, sich noch hochzureißen. Ja, und Christopher Vasey und sein Seelenarbeitsteam haben darauf geantwortet. Und das werde ich euch auch gleich vorlesen, weil auch hier davon auszugehen ist, dass es doch einigen Menschen jetzt so zu gehen scheint. Wir hatten vor einigen Wochen mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man sich jetzt eine Struktur schafft, dass man bitte, bitte nicht bis nachmittags oder vielleicht sogar bis abends im Schlafanzug rumhängt oder im Morgenmantel rumläuft, immer im Kopf, ich mache das gleich. Und dann kommt die Abenddämmerung und das war es dann mit diesem Tag im Bademantel. Das ist ein Zustand, in den wir nicht hineinrutschen sollten, weil wir damit jegliche Ordnung verlieren. Und es gibt diesen schönen Satz, mit dem ich groß geworden bin, halte Ordnung und die Ordnung wird dich halten. Sehr wichtig in der jetzigen Zeit. Ordnung heißt in diesem Fall einen Stundenplan entwerfen, den man auch, als ob man jeden Tag ins Büro gehen müsste oder zum Arbeitsplatz, ganz minutiös einhält und auch sich selbst immer wieder unter Druck setzt, um diese Uhrzeiten einzuhalten. Nicht rumhängen, nicht durchhängen lassen. Ich spreche nicht davon, wenn man sich mal nachmittags hinlegt, die Beine ein bisschen hochlegt, was liest oder ein bisschen Musik hört oder so. Das ist überhaupt nicht. Aber wenn man das in einem geordneten System, in einem geordneten Zustand macht, dann kann man diese Ruhepause auch genießen als eine solche. Aber wenn wir nur in Ruhepause sind und überhaupt nicht mehr wirklich hochkommen, dann verlieren wir, das kann nicht ausbleiben, die Achtung vor uns selbst. Und wenn ohnehin alles schwierig ist und alles eher runterzieht als rauf und wir uns dann hängen lassen, dann Gute Nacht, Marie. Also das ist keine gute Idee. Wir sollten hier in der Kraft bleiben, möglichst auch rausgehen, jeden Tag bewegen. Machen wir hier auch. Wir gehen jeden Tag unsere Runden mit dem Hund. Das ist sehr, sehr wichtig, für uns übrigens auch, damit man nicht am Haus festklebt, sondern den Kontakt zu den Wesenhaften da draußen herstellen kann. Und auch wenn man gar nicht bewusst an die Wesenhaften vielleicht denkt, also ich tue es immer, ich verbinde mich immer mit ihnen, nicht, dass ich sie sehen würde, aber indem ich sie anwesend weiß und eben mit ihnen sprechen kann. Gestern zum Beispiel, es war ganz spannend, da sind wir spazieren gegangen und da bin ich ausgerutscht. Wir hatten die Spikes unter den Stiefeln und trotzdem, es hatte geschneit auf vereiste Flächen und trotz dieser Spikes hat es mich richtig zerlegt. Also ich bin mit einem Bein nach vorne gerutscht, während das andere noch angewinkelt war. Und so kam ich langsam runter und es war also eine kräftige Überdehnung des linken Knies, weil das immer weiter eingeknickt ist und der ganze Körper praktisch da drauf fiel. Und ich habe in dem Moment nur blitzschnell gesagt, bitte helft mir, weil ich wusste schon, das ist nicht angenehm. Und dann lag ich da, wie ein Käfer auf dem Rücken und habe dann, Andreas wollte mir hochhelfen, da habe ich gesagt, warte einen Moment. Und dann spürte ich wirklich, wie dieses, also wie ein Band, ordentlich, gibt es einen bestimmten lateinischen Ausdruck, den kenne ich jetzt nicht, wie also dieses Innenband am Knie so richtig lang gedehnt wurde und ich dachte, gleich reißt es. Also es war kurz vorm Reißen. Und als ich mich dann da ganz kurz ausgeruht habe, habe ich mich mit ihnen verbunden und habe gesagt, bitte helft mir, dass es einfach schneller wieder besser wird. Und ich spürte Wärme und ich spürte eine Entspannung und der Andreas hat mich dann von hinten so hochgehoben, hochgezogen und da stand ich und wir sind weitergelaufen. Hätte ich nicht gedacht in dem Moment, wo es passiert ist, aber ich wusste, ich bin nicht alleine und ich habe Hilfe. Und es ist ein bisschen dick geworden, ich habe das mit diesem wunderbaren Soliöl eingerieben. Das ist wirklich, ich stelle euch das gerne nochmal ein, das ist mein Hausschatz hier, die Soliöl, das bei Verrenkungen oder wenn man sich den Fuß übertritt oder gerade, was ich euch geschildert habe, wenn man das benutzt, ach, es wird dann sofort alles besser. Deswegen hatte ich auch nachts so gut wie keine Schmerzen. Ich habe das schön damit eingerieben und ja, also heute, außer, dass es ein bisschen dick ist und so ein leichter, leichtes Spannen noch drin ist, spüre ich schon gar nichts mehr. Übrigens, nur in diesem Zusammenhang. Ich habe gestern ein Video eingestellt, das stelle ich euch vielleicht heute auch nochmal ein. Ich muss mir das aufschreiben, denn da habe ich ein Video gefunden, das ist mir zugeschickt worden, über Schutzengel und da ist zum Beispiel in Asien mit der Überwachungskamera im Straßenverkehr in einer Kreuzung ist fotografiert worden, wie mehrere Parteien, Auto, Fahrrad und ich glaube noch ein Auto, auf die Kreuzung zukamen und man sah schon von Weitem, das wird ein Unfall, weil man etwas, weil einer was missachtet hatte, die Vorfahrt nämlich und dann sieht man, wie dieser Radfahrer irgendwie zu Schaden kommt und plötzlich sieht man eine Gestalt, die kommt und diesen Radfahrer nimmt, aber in Windeseile und auf die andere Straßenseite bringt und der schüttelt sich und steht auf und wer war diese Gestalt? Wahrscheinlich, wenn man es so gesehen hat, sah es wahrscheinlich aus, als ob der Radfahrer geschleudert wurde, aber diese Gestalt war zu sehen und die haben in diesem Video mehrere dieser Beispiele gebracht, was ich wirklich extrem spannend finde, was solche Kameras manchmal aufzeichnen können. Das sind unerklärliche Phänomene, aber wenn man natürlich weiß, dass es Schutzengel gibt, dass jeder auch einen hat, man sollte sie nicht überstrapazieren, dann ist das schon wieder erklärbar. Ja, und dieses, also ich war eigentlich dabei, dass wir rausgehen sollen in die Natur, dass wir uns bewegen sollen, dass wir uns nicht hängen lassen dürfen, gerade jetzt nicht. Und ich hatte das Beispiel neulich schon mal gebracht, aber ich bringe es gerne immer wieder, Nelson Mandela. Man mag ja heute politisch über seine Arbeit denken, wie man will. Fakt ist, dass er als Politiker des ANC, African National Congress war das, in Südafrika später ja dann noch in Ämter, in die Regierungsämter gekommen ist, aber während die Apartheid-Politik in Südafrika über Jahrzehnte durchgezogen wurde, also schwerste Rassendiskriminierung beziehungsweise Diskriminierung gegen die dunkelhäutige Bevölkerung Südafrikas, auch Namibias, ja, in vielen Ländern, aber speziell in Südafrika war es heftig. Und da war er im Widerstand gewesen und man hatte ihn dann als Strafgefangenen auf eine Insel gegenüber von Kapstadt gebracht, auf Robben Island und da war ich einmal gewesen in den 90er-Jahren und da konnte man dieses Gefängnis eben und den Steinbruch, wo er auch viele Jahre hart gearbeitet hatte, besichtigen, Arbeitslager. Und ich war auch in seiner Zelle und dort wurde eben auch berichtet, dass er einer der ganz, ganz wenigen gewesen war, der jeden Tag seine Sportübungen gemacht hat in seiner Zelle, jeden Morgen einen ganz gezielten Ablauf hatte. Und man wunderte sich, wie Nelson Mandela nach den vielen Jahren Gefangenschaft trotzdem kraftvoll eigentlich dastand und in einer ganz außergewöhnlichen Verfassung war, jedenfalls für das, was da ihm angetan worden war. Und ja, und das ist ja jetzt also eine Art Zwangsmaßnahme, ein Arrest für viele Leute, hat ja so ein bisschen was mit so einer gefangenen Insel auch zu tun umzuweilen. Und dieses Beispiel hat sich bei mir eingebrannt, weil wir davon unendlich viel lernen können, dass wir also auch in aller schwierigsten Zeiten durch Charakterstärke, durch eigenentworfene Strategien, die uns im Leben, in der Ordnung des Lebens halten, wie wir da die schwierigsten Situationen meistern können. Ja, und jetzt möchte ich doch nach inzwischen 20 Minuten, toll, Frau Herrmann, mal wieder, wird wieder länger, tut mir leid, kommen wir zu dem, zu der Zuschrift. Und das Seelenarbeitsteam antwortet Folgendes, um Ihnen Hinweise geben zu können, stützen wir uns auf das im Kanal oft erwähnte geistige Werk im Lichte der Wahrheit, Kreisbotschaft. In diesen drei Bänden werden die Naturgesetze auf einleuchtende und mit der Empfindung gut nachvollziehbare Art erläutert. So können wir erkennen, dass nichts durch Zufall geschieht, dass sich alles gesetzmäßig vollziehen muss, selbst wenn es für uns im Moment nicht erkennbar sein sollte. Wenn uns Not, ein Leid oder ein tiefgreifendes Problem bedrückt, so kann dem auf zwei Arten begegnet werden, indem wir uns mit den äußeren, materiellen oder irdischen Gegebenheiten befassen und eine Lösung anstreben, etwas, das je nach Situation auch gelingen kann. Jedoch können wir uns auch ins Bewusstsein rufen, dass das einzig und wirklich Lebendige in uns unser Geist ist, dass alles, was geschieht, durch unser geistiges Wollen verursacht oder zugelassen wurde. Bedenken wir, dass das geistige, also irdisch Unsichtbare immer das Stärkere und somit auch das Ausschlaggebende ist, das irdisch Materielle hingegen nur die Auswirkung des Wollens. So wird auch klar, wo angesetzt werden muss, um zu einem echten und tiefgreifenden Erfolg oder Neuwerden zu gelangen. Zu Ihrer gegenwärtigen Situation. Aus Ihrer Beschreibung entnehmen wir, dass Ihnen der Sinn und das Ziel des Lebens abhanden kommt und damit die Perspektive und die Lebensfreude. Aus dem oben genannten Werk können Sie den eigentlichen Zweck unserer Erdenwanderung und auch darüber hinaus entnehmen. Diese Erkenntnisse eröffnen einen viel weiteren Aus- und Überblick und ungeahnte Seinsfreude. Ganz praktisch empfehlen empfehlen wir, dass Sie Ihren Tag klar strukturieren. Die Online-Studienzeiten sind wahrscheinlich vorgegeben. Das Homeoffice können Sie eventuell zeitlich selbst gestalten. Sie sollten regelmäßige Essenszeiten einhalten und auch die Nahrung selbst vollwertig ausgewogen und in Ihrem Fall nicht energetisch zu karg ausfallen. Auch das Trinken bitte nicht vergessen, am besten Wasser. Ebenfalls sollte in Ihrer Tagesstruktur genügend Zeit für die Körper- und Raumpflege eingeplant und auch strikt umgesetzt werden. Am wichtigsten erscheint uns aber zu sein, dass Sie mehrfach täglich Zeit draußen an der frischen Luft verbringen. Im besten Fall schon morgens vor der Uni und nachmittags oder abends mindestens eine Stunde. Falls nicht schon vorhanden, könnten Sie sich ein Fahrrad zulegen und die sicher auch in Ihrer Nähe vorhandenen Naherholungsgebiete um Berlin nutzen. Setzen Sie sich wirklich eventuell mit einem guten Buch oder aufbauender Musik unter einen Baum. Sobald Sie sich innerlich darauf einlassen können, werden Sie eventuell mit etwas Ausdauer und Übung die ganz andere Art der Erholung und Kraftzufuhr erfahren. Es werden sich andere aufbauende Gedanken und Perspektiven öffnen. Vielleicht treffen Sie auf diese Weise sogar Gleichgesinnte. mit denen Sie über diese Erfahrungen sprechen können und es entwickelt sich ein förderlicher Austausch. Auf diese Weise eröffnen Sie sich die Möglichkeit, dass Sie unter anderem durch die helfenden und aufbauenden Kräfte in der Schöpfung mit einer großen Kraft und auch Zuversicht erfüllt werden können, trotz aller Schwierigkeiten und alles Ungemachs. Denn Sie bemühen sich um Gutes, das Richtige, Aufbauende, Beglückende. Dies ist eine Saat, die aufgehen und Ihnen auch eine entsprechende Ernte, also Rückwirkungen bringen wird. Dies strahlt und wirkt sich für Sie selbst unbewusst auch auf Ihre Umwelt aus. Dieses Strahlen zieht das Richtige, Förderliche an. Hilfen können sich Ihnen nähern, Unsichtbare, die Sie stützen oder auch Irdische, welche Ihnen zur Orientierung im Berufs- und Gesellschaftsleben verhelfen können. Gleichzeitig wird alles Dunkle und Falsche abgestoßen. Angriffe können Sie nicht mehr in der Stärke treffen wie bisher. Dieser Weg ist in der heutigen Zeit nicht einfach zu gehen. Doch es ist der einzige, welcher uns aus allem Leid und der Not, welche die Menschheit auf die eine oder andere Art umgeben herausführt. Um diesen Weg auch sicher gehen zu können, brauchen wir eine solide Basis und geistiges Wissen, etwas, das Sie in den drei Wänden im Lichte der Wahrheit finden können. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Ja, so einfach sich das alles anhört, so wichtig und richtig ist es. Diese einfachen Dinge, durchgehend beherzt und umgesetzt, können unser ganzes Leben verändern. Aber der komplizierte Mensch von heute ist gar nicht nicht mehr mehr in der Lage häufig, das, was ihm in großer Liebe gereicht wird, entgegenzunehmen und umzusetzen, dankbar, demütig. Nein, für viele muss es kompliziert laufen. Also man muss vor Bergen von Herausforderungen stehen und die alle bewältigen und alle Energie, die man hat, da reinsetzen, um dann irgendwann das Gefühl zu haben, ich habe jetzt aber viel gemacht. Anstatt sich auf die einfachen Dinge zu konzentrieren, wir sind so verstandes überlastet, dass wir oft gar nicht mehr in der Lage sind, das Einfache und Richtige zu erkennen. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch, um das zu trainieren. Wie viel Zeit das ist, das werden wir sehen. Ich glaube, es ist nicht mehr sehr lange. Das heißt, jeder Tag zählt. Also ran ans Werk. Danke. Bis später.